Hier geht's! Mich mal wieder nur wiederholen. Danke an meine Zuschauer! Danke an die Opponenten! Wow! Okay, heftig! Noch fünf? Ähm, ja. Gut. Eben, ich hab mal gedacht, okay, boah, jetzt kam die ganze Zeit nur halt eben Attack of the Beat hier und so. Ich sollte mal echt mal wieder Minigames bringen und so. Wow! So! Wow, noch viel Tänzer! Heftig! Ähm... Ähm, ja. Ja! Ich hab das auch, glaub ich, schon so lang gar nicht mehr gespielt. Das war jetzt aber knapp, gell? Ähm, ja. So. Bam! Ha! Aber das wird jetzt echt spannend. Ah, warum läuft... Mir fällt auch grad wieder auf, es läuft keine Musik! Warum geht das nicht? Ich bin noch auf der Seite drauf. Boah, ist das behindert, echt. Aber, äh, ne. Ich schneide da jetzt keine Musik noch separat rein. Ne, das werd ich nicht. Okay. Drei Stück. Fack, 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 fack. Fack, fack, fack. Oh, fack, 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 fack. Oh, fack, 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 fack. Wow. Ja. Gut. Ja, ich hab ja auch mal gemeint, ähm, ich werd vielleicht noch äh, andere Spiele nehmen, außer Minecraft. Da hab ich mich jetzt letztens ein bisschen inspirieren lassen. Hab mal nachgeschaut, was gibt's denn so, was ist nicht so bekannt, was kennt man kaum. Und, ja. Da hab ich mir jetzt ein paar Games angeschaut. Und mal gucken. Vielleicht werd ich die mir, äh, die demnächst mal besorgen. Und, ja. Mal anzocken, gucken, wie das so ist. Und dann, vielleicht nehm ich's dann auch auf. Boah. Eh, meine erste Idee war ja Dings, ähm, Arno. Das erste. Das war, glaub ich, lasst mich lügen. Arno, 17, 1. Nee. Nee. 16, 2. Ach, keine Ahnung. Haha. Ich weiß es nicht, aber das ist schon zu lange her. Ah, das ist ja ehlicher, wo man das gespielt hat, ne. Ja. Oh, 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 oh. Und, ja. Eben, jetzt war ich mal im Laden, hab so geschaut, was liegt denn da so rum. Was lässt sich nicht so gut verkaufen, weil jetzt keiner kennt. Oh. Wow. Haha. Ähm, ja, eben. So unbekanntes Zeug halt. Und, ja. Keine Ahnung, aber es kann auch sein, dass es manche kennen oder nicht. Das ist ja jetzt noch nicht, ähm, so wichtig. So. Auf jeden Fall, ich guck mal. So. Ja. Äh. Äh. Grad total spannend. Noch 6 Tänzer. Und, wow. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Äh, mal gucken. Jetzt halt eben erstmal so Attack of the Beat hin. Vielleicht noch was Neues. Vielleicht noch was anderes. Ähm. Halt noch ein bisschen die Minigames. Ich denke mal, das schaut ihr bestimmt auch gerne. Und, ja. Ich hätte ne Perle gehabt. Fuck. 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 Okay. So. Entschuldigung. Ähm, ja. Auf jeden Fall mal gucken, was ich sonst noch zocke. Äh, was eben nicht mit Minecraft zu tun hat. Ähm, wobei Minecraft total bockt irgendwie. Auch wenn das jeder, ja. Ja. Hat jeder spielt. Und, ja. Maguka, ne? Egal. Wenn ihr Vorschläge habt, lasst nen Kommi da. Daumen nach oben da. Ist auch cool. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Und, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.